A-Li, du bist hier. Du bist hier. Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Also, Rost. Ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich will... Ich mache das nicht. Ich tue nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß. Und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rost. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das. Also, wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist. Aber ich kann reden. Nein. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Ich war übrigens bei Karst und hab mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werd mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Ich werde dich kurz hinlegen. Entschuldigung. Ich werde mich kurz hinlegen. Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbande waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie, Wad. Was wütend ist. Seit sie vor zehn Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht so was? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Ein Wächter-Kadaver. Ich hole mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Also. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wiederjagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Für mich. 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 Eine Holzhütte zerstört von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Der ist riesig. Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Ja. Geh! Das war's für heute. 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 Ohne Munition bringt das nichts. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nutze die Zeit. Und konzentriere dich. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.